Hallo, ich bin Cecilia Pilato, ich bin in Argentinien geboren. Meine Familie hat aber Italienische Wurzeln und deshalb spreche ich Spanisch, spreche ich Italienisch. Und eigentlich beruflich bin ich Schauspielerin und Pianistin, ich habe auch meine eigene Plattenfirma. Ich war in Los Angeles, habe ich viel, viel Weiterbildungen gemacht, drei Jahre lang, dreimal im Jahr dahin geflogen. Wollte ich bleiben, habe ich eine Green Card bekommen, aber dann kam die Liebe, dann kam die Liebe, dann kam die Liebe hier. Draußen ist nichts geworden, sodass ich weiter mit Schauspielerei und Musik mache. Und das ist der Inhalt meines Lebens und macht mich sehr glücklich. Ich bin ganz dankbar, dass ich dann eine glückliche Kindheit hatte. Ich bin geritten auf Pferden und viel gespielt mit Kindern, also mit meinen Cousins und Geschwistern. Wir waren immer eine große Gruppe und deshalb fühle ich mich auch gut in großen Gruppen. Und da hatte ich auch eine Tante, die auch im Fernsehen gearbeitet hat. Und dann war es so eine Kindersendung, da habe ich mitgemacht. Und das war eine tolle Erfahrung, wenn ich daran denke, ich habe wirklich nur Freude und wirklich so Spaß. Und wenn das rote Licht an wird, dann es ist jetzt Party. Und mich gut vor der Kamera, ich möchte das mit allem teilen. Ich brauche immer eine Audience, so I play for an Audience. Ja, ich habe gesagt, ich kann das Spanien oder Italienisch sprechen, aber ich kann das zweite Sprache sprechen. Ich glaube, es ist jetzt der Zeit, ich gehe. Ich gehe, Gott.